Jo Leute, hier habt ihr in Kike gelegen, ich mache Korkai, geh aber auch. Ich weiß nicht, woran es liegt Leute, ich weiß nicht, was los ist bei euch, keine Ahnung. Aber ja, liegt es vielleicht gar gange, weil ich Korkai nicht mehr so viele Live-Ping auf meinem Kanal mache. So wie früher, da habe ich ja viele Live-Ping auf meinem Kanal gemacht. Früher habe ich ja Gang-Off-Belge-Yi-Live-Ping gemacht, Rekki-Welk-Live-Ping habe ich früher Gang-Off gemacht. Und ich mache das ja nicht mehr so oft wie früher. Liegt es vielleicht gar gange, dass ich Korkai-G-Abos mache? Ich weiß nicht, woran es liegt. Gibt mal einen Kommentar, ob ihr vielleicht wisst, warum ich Korkai-G-Abos mache, ich weiß es nicht. Oder wenn ihr Ideen habt, was ich besser machen kann, bleibt einen Kommentar. Und ja, falls ihr noch nicht meinen anderen YouTube-Kanal abonniert habt, auf wahrer Begebenheit, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, Link hier unten in der Videobereibung. Auch nochmal einen Kommentar, weil ich das auch nochmal verlinkt. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Becker auch noch. Wae-G-G-I-Live-Ping auf wahrer Begebenheit. Da kommt jeden Gondgas, jeden Gondgas kommt gar die wae-G-G-I-Live-Ping auf wahrer Begebenheit. Jeden Gondgas ein neues Video. Also abonniert den Kanal, Link hier unten in der Videobereibung und in den Kommentar. Falls ihr euch vor vage Geist-G-I-Live-Ping auf wahrer Begebenheit habt. Ja, falls ihr euch geist-G-I-Live-Ping, abonniert meinen Falk-Kanal. Habe ich hier unten in der Videobereibung verlinkt und auch in den Kommentar. Ja, erst nochmal zum Thema Kult gekommen. Ich mach Korkai-G-Abos. Und viele Abos mach ich Korkai auch nicht, muss ich gar nicht. Ich weiß nicht, woran ich lieg, aber vielleicht lieg es, weil ich nicht so viel mache auf meinem Kanal, wie Gondgas immer. Korkai-G-I-Live mache ich nämlich nicht so viel auf meinem Kanal. Korkai-G-I-Live kommt vielleicht einmal in der Woche im Video, aber mehr auch nicht. Ja, mehr mache ich Korkai-G-I-Live nicht. Vielleicht lieg es gar gar nicht, weil ich einmal in der Woche vielleicht nur in der Reckige Welt shop-Video-Hochlage. Bei Korkai-G-I-Live gehe ich ja nicht mehr oft live auf meinen Kanal, das wissen ja eigentlich mal alle. Aber ich muss mich ja auch um beide Kanäle kümmern. Ich hab ja zwei YouTube-Kanäle, dann hab ich hier, zwei YouTube-Kanäle hab ich, einmal hier Gegenkanal hier, PH4-Schocken mit Behinderung. Und dann hab ich noch den YouTube-Kanal, vage Gleichkeitschisten auf vage Begebenheit. Damit muss ich mich, damit muss ich mich ja auch kümmern um die Videos, weil jeden Gondgas muss ich da ein Video hochladen und da muss ich mich auch kümmern, liebe Freunde. Ich hab also ein bisschen mehr gekümmt, weil ich mich ja um zwei YouTube-Kanäle kümmern muss. Nicht nur um einen, um zwei YouTube-Kanäle. Und da hab ich ein bisschen mehr Arbeit, liebe Freunde und ja, das müsste ja auch vergehen. Deshalb kann ich hier nicht so viel machen. Kann ich nicht jedes Mal laufen mit Live-Speak machen. Ich verguche es, Leute, mit Live-Speak machen und so. Ich verguche es. Ich verguche es auch mal öfter wieder mit Live-Speak auf meinem Kanal zu machen. Aber ich helfe Kolkalk auch meinem Kollegen, helfe ich Kolkalk auch. Weil kein YouTube-Kanal, der das R-Abo bekommt, helfe ich ihm Kolkalk auch. Und ja, deshalb. Nicht vergessen, meinen Freik-Kanal abonnieren, falls ich genau nicht hab. Hier unten in der Video-Begreifung verlinkt. Und den Kommentar hab ich auch nochmal verlinkt. Und ja, deshalb. Ich hab nicht Gefähigkeit, Leute. Nimm mir das nicht übel, okay? Aber nicht gefordert, geh abonnieren, bei keinem Abonnent beim Leute. Wie egal. Ich hab doch halt nicht Gefähigkeit. Nimm mir das nicht übel, Leute. Aber ich muss mich um zwei YouTube-Kanäle kümmern. Dann muss ich mich noch um Instagram kümmern. Da hab ich gar auch Bilder und alles vor. Und ja. Und nebenbei schocke ich natürlich auch noch viel, weil ich bei vielen Bielen auch noch weiterkommen muss. Und ja, ich hab nicht viel Zeit, liebe Folgen. Ich muss natürlich auch noch in Hauch halt, muss ich noch viel machen. Ich muss Müllrauch bringen. Ich muss mit dem Hund rauch gehen. Also ich hab jede Menge arbeiten, Leute. Also von da her, Leute. Nimm mir das nicht übel. Aber ich hab auch ein bisschen was gekochen. Einkaufen gehen und alles. Wie gesagt. Ich hab ein bisschen was gekochen und gesagt, Leute. Nimm mir das nicht übel. Wenn nicht so viele Videos oder so viele Live-Bing auf meinen Kanal kommen. Ja. Okay. Nicht berühre gemeint, Leute. Aber bitte nicht sofort geh abonnieren. Weiß bitte weiter ein Abonnent. Und. Was mir richtig golle helfen würde, wenn ihr meinen Kanal weiter empfehlen könntet, das würde mir richtig golle helfen. Und dann die Leute, die YouTube machen, wo richtig nett, wenn ihr mal ein Video über meinen YouTube-Kanal machen könntet. Also das ist nur ein Bild von mir. Wo nett, wenn ihr das macht. Ihr müsst es natürlich nicht machen. Aber es war nett, wenn ihr mal ein Video über meinen YouTube-Kanal machen könntet. Und meinen YouTube-Kanal mal weiter empfehlen könntet. Und wo richtig nett, wenn ihr meinen YouTube-Kanal mit allen eure Folgen gekeilen könntet. Und weiter empfehlen könntet. Und da könntet. Ja, bitte abonniert mal. Das war richtig nett, wenn ihr das macht. Das würde mich nach vorne bringen. Ja, Leute, weil das war richtig Highlight. Und bei Geil-Kaugen-Abonnenten gibt es auch ein Gewinnbill. Bei Geil-Kaugen-Abonnenten habe ich aber noch lange nicht die Geil-Kaugen. Und ja. Naja. Na, juck. Bis gleich. Ciao, ciao. Danke für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.